Willkommen zurück zum nächsten Arbiz Z und ich bin heute bei Xerath, den ich in der Mitte spiele. Und mit dabei sind auch die Abonnenten, die im letzten Arbiz Z dabei waren, nämlich Arise Ake mit Blitzcrank Support, NFC White Lord diesmal mit Vahos AD Carry, Suplex 55 mit Wukong im Jungle und Zora Live mit Trindamere. Und ja, ich spiele gegen Katarina wahrscheinlich oder gegen Brand, wobei Brand glaube ich eher Support ist. Das heißt, ja, es wird denke ich mal gar nicht so schwer werden. Katarina sollte eigentlich klar gehen, denke ich mal. Oh, du hast sogar einen coolen Vahoskin, nice. Kann auch cool dancen. Der Dancer. Das ist ja mal richtig an Pokémon angelehnt. Das ist Dollar Blitz, Dollar Blitz. Achso, Lightning Bird, ja. Zack, zack, zack. Platz. Xerath kann platzen. Alter, der sieht einfach aus wie so ein Dreieck, ey, wenn der zusammen geht, ey. Tschi-tschi. Wie so ein Schild. Boah, der hat doch auch eine kranke Lache, ey. Mein lieber Schwando. Oh, das war ja richtig gut von mir. Da hab ich den Bluebuff richtig gut gepullt. Zwei Stange. Zack. Ich hab gegen Katarina, äh, Katarina. Mein Gott. Katarina. Boots. Gib mir den Manas. Den Manas back. Boots. Oh no, es ist der Van Fail. Oh mein Gott. Mitte. Mach ich einfach Druck. Ich mach Druck in der Mitte. Zack. Wie dit. Wer ist gestorben aus unserem Team? Der Trinameer. Ja. Trinameer. Was ist denn da los? Hat halt Ignite und ich teleport. Und da tradest du? Sag mal. Bist du denn des Wahnsinns? Ist das denn die Möglichkeit? Ist das denn die Möglichkeit? Liebe Kinder. Boots. Ich halte die Katarina. Nein, gut job. Der Hinschuss. Boots. Eat it. Oh no. Was ist das denn? Nein, Sejuani. Nein. Boots. Boots. Nein. Zack. Boots. So muss das sein hier. Schön den Blue Buff delivered. Sehr schön. Da kam der Affe um die Ecke und hat ihn einfach abgehebt. Den Stock in den Arsch. Stock in den Arsch. So sieht das aus. Sorry, ich hätte healen können. Report. Habe ich jetzt gerade echt nichts angedacht. Ja, ist kein Ding. Wir reporten dich dann einfach nach dem Game. Genau. Boots. Katharina. Katharina, was ist denn los? Warum bist du denn so oft Krawall gebürstet? Warum? Warum, Katharina? Erzähl es mir doch. Warum möchtest du mich denn unbedingt töten? Ich habe dir doch nichts getan. So, jetzt haben wir Kelch. Jetzt haben wir unendlich Mana mit Xterath. Denn die passive ist richtig sneaky bei Xterath. War auch echt gut, dass du da gerade in der Nähe warst. Konnten wir uns zwei Kills sichern. Der Stunt von Xterath ist auch echt so geil. Wenn du ihn auf hohe Range schmeißt, alter, zwei Sekunden betäubt. Ey, das ist einfach GG. Nice, Botlane. Komm schon, rip den ab. Abgerippt. Sehr gut. Gut. Ich habe den Blubuff, ey. Das ist echt nice. Was heißt, wenn gleich der sieben Minuten Blubuff kommt? Ey, Cutter kommt. Oh, sorry. Oh, sorry. Das war mein Fall. Nee, schlimm, nicht schlimm. Oh, das war schon ein bisschen fail. Bin back, ne? Alter, dieser Laser, den er Xterath schmeißen kann, ey. Fucking GG. Ich habe mir mal eine Zeit lang Trinity of Varus geholt. War ganz gut, aber jetzt spiele ich den Phantom Dancer und so. Hutze. Hutze. Oh, immer, Gangs? Wahrscheinlich nicht. Ich zieh an Echern! Hutze! Eat my laser Da kam der Laser aus der Seite In das Rektum Von der Katharina rein Einfach rein DC, oh sorry Das habe ich nicht gewusst Das hätte ich natürlich jetzt nicht ausgenutzt Ich dachte, der steht da einfach nur Und denkt, ich habe nicht genug Range für den Spearer Nice Q Pirate, kommst du Blue? Spawn jetzt gleich Ja, kann ich machen Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der dann DC hatte Ich will erstmal nur farmen Nicht hoch 2 hin Zack, danke schön Kein Blumen Guts Gib mir den Mana Xerath kann man auch so harassen Einfach echt Der Xen ist miss Keine Ahnung, press Kommt bestimmt Mitte Kommt bestimmt Mitte Ah, der kommt bestimmt Mitte Der Farm ist Das ist On the run Der lag, ne? Uts Das ist E-Dit Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Mit meiner Ulti habe ich ihn weggesnaggled 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 Guts Zack Alter du hast echt keine Coole und so auf X-800 ein So krasse Auf Warte noch ein bisschen Er soll vielleicht Drake machen? Zack Gute Kombo Sorry War echt Na gut von dir Zu greedy werden Der will mich jetzt ulken Aber nicht mit mir Typ Nicht mit mir Na jetzt Drake oder? Boots Weggesnaggled Was ist mit dir los? What? Nice Das war nice ey Das hat er gut gemacht ey Muss ich zugeben Das hat er gut gemacht Aber das ändert nichts Ich werde ihn trotzdem abrippen Oder auch so Schade Schade habe ich kein Assist mehr bekommen So langsam Abgerippt von Technik Von Xerra Zum benutzen Macht echt Spass Die läuft eigentlich Portland gut ne? 2-0 Läuft Alter die Katharina hat 33 fahren wir ja Die kommt auf jeden Fall hier nicht Auf keinen grünen Zweig Na der ist beruhig Guts Guts Oh Varus Zack Könnte unten Oh Varus Problems Der Green Der Green verzog Kada kommt hinterher Oder nicht? Oh gut Wie dumm war das denn Boah nice ey Ich bin da Ey Katar kommt Katar kommt Doch die wird flashen oder? Ach die flash? Die hat keinen flash Bin tot Fuck Nein Da bin ich wieder mal gestorben Weil ich zu Kredi bin Boah wie ich meine Ulti gerade benutze hab Richtig fail ey Der Peppek Hat wieder eine ordentliche Runde rein gefeedet Oh Da fuhr komm Oh ich glaub ich muss äh Oh die ist der Ju Oh da musst du so flashen Da Ah die kriegste nicht Aber Der Varus Tschüss Zack Abgerippt Okay komm great DRAGON 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 Ich komme Was skilt man eigentlich als zweites hoch mit Varus Ähm Kannst du aussuchen W macht halt mehr Schaden mit Autotext und die Markauflösung Aber viele machen eh Weil du halt mehr Spell Schaden machst weißt Gerade weil du viel AD baust mit Blutdürste und so Ist halt eigentlich äh Ach du brauchst gar nicht Blutdürste Ja dann kannst du auch Ws tun Guts Nichts Faruk Blue Oh ja Das is nice Oh Oh Zack Danke Danke Hu Ich könnte es ja noch bleiben, oder? Oh, ja, so. Guck mal, wo habe ich denn? 35. Boah. Alter. Geh los. Wer hat Redbuff jetzt hier? Oh nein. Alter, Cutter. Nein, meine Ulti, wieder mal fail geused. Zack. Guts. Du musst echt aufpassen, ne? Die haben es richtig. Äh, Trunder, willst du Red haben? Äh, nö. Ich habe Bärenblood, das reicht nicht. Ach man, Perik. String dich an. Geh weg, du fettes Schwein, du. Geh weg. Geh nach Haus. Da, wo du hingehörst. Nein. Geh eh mal. Zack. Guts. Das hat sich natürlich gelohnt, da nochmal den Geist mitzunehmen. In dem Fall. Das war worth. Das war ein Boot nach Haus am Tower. Oh, ich muss flashen. Perik failed wieder mal mit den Skishots. Zack. Boots. Boots. Lol, das ist echt flash, GG. Dieser Flash war auf jeden Fall GG. Ich bin da. Ich kann Ult machen. Da kam die Ulf, bei dir helfen. Ups. Stopp. Ei kommt. Wer? Ei? Das Schwein. Achso. 4V ist 2 und 1. Uts! Abgerippt! Da ist das Schwein. 4V aus 2, nice. Ernsthaft? In League of Legends jammert es echt noch jemand rum, dass man 4 gegen 2 spielt? Oh Gott. Es gibt echt Menschen. Da glaubt man gar nicht, dass es die gibt. 118 Fahr, Minute 16. Bad. Peric. Richtig bad. Aber ich wurde auch abgerippt zweimal. Von daher. Geht das noch? Ich geh da rein. Gib ihm der Hungards. Gib ihm der Hungards. Wutz. Fast. Joll, was geht denn da oben eigentlich ab? Du bist ja voll... Alter du hast 5 kills. Waaat? Alter sind wir am Feeden. Ich bin aber tot jetzt. Feeder. Auf. Oh Gott. Ah, ich sterbe. Tja. Tja. Diesmal nicht. Tja. 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 Ah, schade. Tja. 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 So ein Crap. Blitzcrack! Warum hast du mich nicht geheilt? Du bist schuld. Hはは. Oh Gott, nein. Nein. Natürlich nicht. Das war alleine the Palace Schuld. Alter, die wollen mich aber richtig töten, eh! richtig richtig töten also die katharina 60 60 60 60 60 zagas ja der bluboff ist ab ich flitze ich muss sagen den das rieber von xerath muss ich echt mal sagen gefällt mir ganz gut er wird aber der alte xerath war ja auch schon ziemlich cool aber der jetzt ist auch echt naja das muss ich sagen er wird irgendwie gar nicht gespielt aber das ist ja auch bei skarner so skarner wird auch nicht gespielt aber er macht auch eigentlich mega wird ja noch mal geriebe skala naja ich weiß dann und er gibt es pflexig malen farking oder die märkte nur richtig Ich lasere ihn! No! Abgelasert. Firing my laser. So. Was? Hukong, was? Was? Eis. Eis kalt hier. Back gesnaggert. Boots! Oh, jetzt ist der Ringer. Bumm! Ja. Eat! My! Laser! Sehr schöne Teamarbeit Leute, sehr schön. So lobe ich mir das. So muss das sein. Aufgegeben. Oh. Was? Gut Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal den Xera gespielt habt und ob ihr Xera jetzt besser findet oder vor dem Rework. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin. Hau da rein! Victory! Victory!